hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute ein weiteres review und zu zwar zu einem film was soll ich sagen ich wollte ich habe lange überlegt ob ich einen einzeln zu diesem film mache oder ob ich das in das film tagebuch mit packe aber ich habe gesagt nein vor diesem film muss gewarnt werden wir können auch gerne auch mal ein bisschen unter den kommentaren darüber diskutieren es geht um den film interceptor interceptor wie heißt denn jetzt wirklich ist der name schon so gleichgültig mit das setter ich habe nichts hier aufgeschrieben in das setor ich habe es falsch aufgeschrieben ja interzeptor also der namen ist auch scheißegal am besten gleich wieder vergessen ein netflix film netflix hat es natürlich wieder vergeigt und wir haben jetzt hier interceptor den ich mir ja auf so naja ich dachte guck's mir mal an was kann denn schiefgehen und es ist eine übelste beleidigung dieser film darum müssen wir darüber reden darum müssen wir darüber reden interceptor ja ich glaube mit produzent ist glaube ich chris hamsworth den ich ja eigentlich ganz gerne sehe ihr kennt ein tor ja sein die hauptdarstellerin ist seine frau elsa pataki ich glaube ich habe es richtig ausgesprochen die ich mal in fassen und füße glaube ich mal kurz mit bei war und ich weiß gar nicht aus was ich glaube hauptsächlich spielst du so in trash film mit und das ist hier ein richtiger trash film ganz ehrlich ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll reden wir mal kurz darum worum geht es denn überhaupt in diesem film interceptor mein gott stellt ein es ist eine abwehr name für atom atom bomb abwehr abwehr station also sozusagen die soll amerika beschützen für russischen atombomben atombomben mein gott was hier los hier und es gibt davon zwei stationen eine in alaska gibt es eine station und eine auf einer ja bohr oder naja ist eigentlich fast also eine plattform auf dem wasser sozusagen es gibt diese zwei stationen die sie hat amerika beschützen die ja atomraketen in einen gewissen zeitraum abfangen können das ist so dass hier sozusagen terroristen oder ich will jetzt nicht groß was spoilern ist eigentlich auch scheißegal aber äh ne jedenfalls terroristen entführen äh klauen sozusagen atomraketen in 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 russland äh setzen die stationen in alaska außer gefecht und sind dann jetzt natürlich hier auch auf dieser wasserplattform und wollen auch die außer gefecht setzen damit sie die atomrakete in russland starten können und die großstädte atomar vernichten können aber sie haben nicht mit elsa pataki gerechnet die gerade wieder frisch angekommen ist auf dieser station und sie sich dort halt zur wehr setzt so das ist sozusagen die geschichte ihr kennt diese filme gab es wie sand oder gibt es wie sand am meer die gab es früher schon das sind hier diese ganz normalen action filme hier ein stück langsam mäßig wo ein mann denn alles rettet alarmstube rot was gibt es dann noch so ihr ja es gibt haufenweise dieser filme und das haben jetzt hier aufgegriffen die grundidee natürlich war wieder nicht schlecht ihr kennt das probleme netflix die haben eigentlich immer manche filme sehr sehr gute grundidee ja aber sie haben es dann irgendwie nichts aus dieser idee zu machen hier ist die grundidee okay wenn man extra machen will ist das ja okay da muss man ja wie sagt stück langsam und wissen wir sind jetzt auch alles nicht die übelst intelligenten action filme ja wenn man dadurch spaß hat oder besser die action dieses wieder wie soll ich sagen dieses dieses schlechte diese schlechte oder diese logik löcher sozusagen wenn es egal ist weil man von der action so geblendet wird dann ist es ja egal das ist auch immer so ein problem was ich schon öfters mal jetzt in den heutigen action film so angesprochen habe wieso die alten action filme so viel geiler waren weil da auch immer dieser handeffekt also keine cgi oder wenig cti war sondern alles practical effects waren darum wirkte das immer viel viel geiler und hatten viel besseren impact oder so wie die heutigen action filme das ist wieder leider so ein beispiel hier reden wir mal über die ganzen probleme des films das ist natürlich wieder die optik ja die cgi die sind ja wie gesagt auf so einer wasserplattform und wenn du diese außen aufnahmen siehst denkst du du warst ich habe sofort der film fing an die waren auf dieser plattform denkst gleich cgi ohne ende die man erkennt es immer an dieser unnatürlichen beleuchtung ja das sah wirklich wieder katastrophal du wusstest ganz genau die sind irgendwo jetzt im studio da ist nirgendwo wasser das nirgendwo wasser die werden bestimmt den ganzen film nicht einmal irgendwie wasser sehen ja okay das stimmt zum glück ist so nicht ganz aber ist ja auch egal aber wie gesagt so sah es zum anfang aus und dann denkst du ja okay sind ja hauptsächlich nachher drin in den innenräumen und dann siehst du wieder so stereotypische figuren total dumm geschrieben also so so sie sind eigentlich völlig egal du weißt genau wer ist jetzt der verräter was passiert gleich das ist alles so selbst dieser pataki da kommen wir nachher noch zum schluss ein bisschen zu sprechen darüber ihre hintergrundgesache und so weiter wie sagt diese ganzen dialoge ist alles wirklich grauenvoll ja okay kommen wir zu der action vielleicht ist die hier geld für ich ballern die da ordentlich rum schöne kämpfe nein haben wir ja auch nicht wir haben hier irgendwie die kämpfe sahen ich habe die ganze zeit zu gucken dachte mir was ist das denn also elsa pataki scheint auch nicht so ein bisschen so kämpferisch gut drauf zu sein weil die waren auch furchtbar aus auch vom schnitt her katastrophal irgendwie da also du hattest wirklich beim gucken bei diesen die haben gekämpft und du hast einfach weggeguckt das weißt du das ist einfach egal war es war dir einfach egal irgendwie verlieren sie auch immer alle ihre waffen also das war wirklich eine katastrophe wie gesagt logik dialoge es war alles alles an diesem film ist total dumm beknackt es macht nichts spaß an diesem film aber wirklich absolut gar nichts wie gesagt wir haben chris hamsworth noch in einer kleinen nebenrolle die war ganz lustig gewesen aber das war es auch irgendwie schon sonst hatte dieser film irgendwie nichts wie gesagt auch selbst der humor oder so weiter nein es war eine absolute katastrophe wie gesagt das macht diesen film schon absolut schlecht es war wirklich ich muss ganz ehrlich sagen so einer der schlechtesten filme die seit langem gesehen habe also der war wirklich das ist ja wirklich katastrophal ich muss ganz ehrlich sagen er hat wirklich nichts gestimmt also wie gesagt von kamera soundtrack wie gesagt dialoge logik ich wiederhole mich glaube ich alles schrott wie gesagt das alleine macht diesen film schon richtig schlecht aber jetzt kommen wir noch zu einer sache die die ganze sache noch mal so ein bisschen diese krone aufsetzt wo man sagt wie gesagt ich habe ja nichts dagegen wenn wir jetzt hier wenn da eine frau der action star ist das ist nicht schlimm hatten wir früher auch schon wir haben ja auch tom brader oder es gibt ja hier atomic blond oder so es gibt wirklich schon frauen ja es wird ja viele immer so sagen wieso macht das jetzt frauen so eine rollen das ist doch eigentlich ein film ein actionfilm für männer oder so ist ja schwachsinn also ist wirklich meiner meinung ist es schwachsinn es gab schon immer coole starke frauen in action rollen haben wir hier auch das problem ist hier dass es so aufgezwungen wirkt also wir haben jetzt wieder ja netflix hat ja dieses problem bis wog problem wie es mario zum beispiel immer nennt und das merkt man hier dieser film ist strotz davon einfach diese hintergrund geschichte von elsa pataki es ist also ich habe ja nichts dagegen wie gesagt wenn man schwache frauen oder oder und die dann stark wirken lässt oder irgendwie sowas da rein bringt aber es wenn es so aufgesetzt wirkt dann ist es katastrophal finde ich also es ist die hintergrund geschichte von ihr die trieft ja so wirklich von 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 ja ja von diesen wog sachen halt wie man so sagt ja die hatte wirklich jedes klischee hatte man hier genommen was ging oder so für ihre hintergrund geschichte oder ihre wieso sie da ist wieso ja absolut katastrophal und das wie gesagt es wirkt einfach so gedrungen so 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 aufgesetzt extrem ich habe kein problem damit sonst aber wenn es so extrem aufgesetzt wirkt dann ist es dann denke ich mir dann dann rolle ich mit der augen denke mir auch nein jetzt hat es und dann denkt man sich noch so sachen aus das ist jetzt auch noch oder so oder irgendwie denkst du ja und dann ist es auch noch so 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 richtig alles was man so an an diesen sachen rein drücken konnte hat man so hier einfach aufgedrückt und das finde ich dann hat dieser film nicht nötig also hat eigentlich keinen film nötig bin ich der meinung könnt ihr mir gerne auch in den kommentaren schreiben was ihr davon haltet das war hier wieder so dieses extrem aufgesetzt wie gesagt aber das wenn man das jetzt wegnimmt war der film ja trotzdem schlecht also es ist ja nicht deswegen der film schlecht weil er das hatte sondern der film war auch so schlecht selbst wenn das jetzt eine männliche rolle gespielt hätte wäre der film auch schlecht gewesen das hat jetzt damit ja überhaupt gar nichts zu tun aber ich wollte es jetzt nur mal erwähnen weil es wirklich so extrem aufgesetzt gewirkt hat und das finde ich furchtbar aber jetzt bin ich auch fertig hier reicht man hat sich schon viel zu lange mit diesem film beschäftigt hier schaut euch nicht an ich kann ihm euch nicht er ist auf netflix ihr könnt ihn eigentlich umsonst schauen wenn er netflix habt aber lasst es bleiben lasst es einfach bleiben der film ist es nicht wert in diesem sinne soll es gewesen sein vielen dank für zuschauen und wir sind beim nächsten video bis dann ciao schau schau Vielen Dank.